Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen einmal rein, Leute. XRP heute bei 36 Cent, der ganze Marktvideo hat deutlich positiv nach oben gegangen. Bitcoin ist wieder so ein bisschen auf dem Uptrend, sozusagen 22.400. Viele Leute callen gerade 25.000 jetzt in kurzer Zeit, von daher bin ich sehr gespannt. Ich glaube, die Prediction von der, ich weiß nicht, welche war so, Deutsche Bank oder so, oder Sparkasse, ich weiß nicht mal ganz genau, irgendeine Bank, hier aus Deutschland auf jeden Fall, hat ja gesagt, dass wir Ende des Jahres safe über 28.000 gehen, also das wird auf jeden Fall passieren, oder vielleicht auch nicht, komm los. Zumindest haben wir hier noch einige Gewinner, 60 Gewinner an der Zahl und nur drei Verlierer und auch XRP ist wieder mit 2% auf jeden Fall ein bisschen im Plus. Dafür schauen wir auch einmal rein. Der erste Tweet für heute kommt von Linda P. Jones und hier geht es auf jeden Fall um ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar wird hier erstmal gesagt, David Schwartz, hat natürlich schon wirklich viel Geld gemacht, ist zwar noch kein Trillionär, aber David Schwartz wurde angeboten, ob er Ripple-Aktien haben möchte oder XRP und er hat sich für die Ripple-Aktien entschieden, statt für XRP. Und da ist nun die Frage, warum? Weil Chris, Brad und Greg alle XRP bekommen haben, scheint damit ja irgendwie was dann nicht falsch zu sein, also scheint ja nicht verkehrt sein XRP da zu nehmen. Und deswegen ist jetzt die Frage, hatte er bereits so viel Bitcoin, dass er gar keine Stocks, also gar keine Aktien mehr haben wollte? Fragezeichen. Und das ist jetzt auf jeden Fall eine spannende Sache, wird natürlich erstmal so dargestellt, als wenn es das bedeuten würde, dass David Schwartz da nicht hinter steht und dass er sagt, ich will lieber Ripple-Aktien haben, weil da weiß ich, die gehen ab, aber bei XRP bin ich mir nicht sicher. Also das soll ja suggeriert werden. Dieses, er hat sich nicht für XRP entschieden, oh, steht ja nicht mehr hinter XRP, so in der Richtung. Aber David Schwartz postet hier, dass das so ein bisschen hier wirklich sehr falsch dargestellt wird. Und zwar sagt er hier, dass das erstmal angeblich um 5,5 Millionen XRP geht. Und dann geht es eben darum, dass das Ganze jetzt irgendwie nicht akut jetzt gefühlt gestern war, sondern es war ganz am Anfang seiner Karriere. Und da hatte er eben dann ganz klar die Frage, nicht eben wie Aktie oder XRP, sondern XRP oder ein Gehalt in den frühen Tagen. Also das ist ja ganz klar. Und er brauchte das Geld damals und deswegen hat er sich dann dafür entschieden, ein Gehalt zu bekommen und dann später mit diesem Gehalt XRP zu kaufen, als es dann auf den Exchanges war. Und wir sprechen da von den Zeiten, keine Ahnung, 2014, 15, so in der Richtung. Und da war natürlich XRP noch sehr, sehr, sehr günstig. Und auch mit dem normalen Durchschnittsgehalt, wo ich denke, er wird auf jeden Fall mehr bekommen haben, da hat er damit ja auch locker irgendwie gute XRP holen können, sage ich mal, gut anhäufen können, die jetzt auch schon Millionen wert sind. Von daher, da muss man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen. Wird natürlich wieder so ein bisschen falsch dargestellt von Forbes und eigentlich allen, wie wir es kennen. Aber schön nochmal, dass David Schwarz das Ganze hier debunkt hat. Also er steht natürlich weiterhin hinter XRP und ja, keine Sorge, Leute. Dann geht es weiter mit Jed McCaleb, beziehungsweise dem Themenaccount über den Taco Stand. Denn er ist jetzt offiziell broke. Also nicht insgesamt von seinem Net Worth. Da hat er mehr als wir alle zusammen wahrscheinlich. Aber er hat auf jeden Fall jetzt keine Millionen XRP mehr. Er hat noch 40 XRP. Ich glaube, die darf er dann auch behalten. Das wäre auf jeden Fall cool. Wenn es auf 1.000 Dollar geht, hat er immer noch 40.000 gemacht. Aber ja, die ganze Worte ist leer. Wir haben jetzt offiziell, natürlich weiß man nicht, ob da im Hintergrund noch andere Accounts irgendwie liegen. Aber wir haben alle mehr XRP jetzt als Jed McCaleb. Das ist auf jeden Fall stark. Und ja, ist auch nicht, was man alle Tage von sich behaupten kann. Also das ist natürlich jetzt interessant. Ich bin sehr gespannt, was auch in den nächsten Tagen damit passiert vielleicht. Ob er da nochmal irgendwie auch ein Statement zubringt oder so. Aber er hat, wie gesagt, gestern seine letzte Million verkauft. Das Ganze kann man dann hier auch nochmal so schön sehen. Also irgendwie gehe ich ja stetig abwärts. Und ich glaube, 2014 hat er sogar schon angefangen. Und jetzt hat er eben in Realtime remaining nur noch 34. Bisschen also 40, glaube ich, je nachdem, wie man es rechnet. Da kommen ja 10 nochmal drauf. Mit der Fee und so weiter. Ungefähr 40 XRP. Sind noch drauf. Die ganze Wallet ist leer. Und auf leer reimt sich Flair. Was sein Übergang. Und zwar ist Flair ja schon länger live. Aber jetzt eben auch für die ganzen Bilders. Also für Programmierer, Entwickler, alle Leute. Auf Medium haben sie hier einen Artikel verfasst. Und zwar Flair, der New Genesis Blog. Ist ja mal sozusagen ein neuer. Das Developer Adoption Programm kommt im August. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Also da wollen sie definitiv einiges noch onboarden. Und ist natürlich auch vernünftig. Man braucht ein Netzwerk. Aber man braucht auch genauso gut Entwickler und Leute, die eben fähig sind, darauf was zu bauen. Von daher super, super cool. Ich freue mich auf jeden Fall, die ganzen neuen Projekte da zu sehen. Ich hoffe natürlich, dass wir dann nicht nur irgendwie sowas sehen werden, wie so ein NFT-Projekt und dann noch ein NFT-Projekt und so weiter. Weil es einfach schnell gemacht ist, sondern dass es da wirklich Leute gibt, die sich dann auch mal richtig hinsetzen und diese Potenziale und die Möglichkeiten von Flair komplett ausschöpfen. Das wäre wirklich mal eine gute Sache. Da würde man einfach auf dem Netzwerk mal gerecht werden. Ich bin großer Fan und genauso großer Fan bin ich von Free Money. Deswegen freue ich mich natürlich auf die erste Distribution von 15%, die wir auch bald erhalten werden. Deswegen schauen wir mal, wie das noch kommen wird. Dann haben wir noch Short the Fomo. Und er hat hier einmal einen kleinen Glitch, wenn man es so nennen möchte. Und zwar bei 3xrep.dev kann man sehen, dass da einmal ein paar XRP gekauft wurden für 14 Dollar. Also hier kann man das einmal, so 14, 15 Dollar ungefähr, 14 plus. Das ist auf jeden Fall cool. Also hier sehen wir den aktuellen Preis, immer wieder mit ein bisschen Spikes. Und dann hier einmal, zack, so ein krasser Anstieg auf 14, 15 Dollar. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann haben wir Ripple und zwar haben sie hier nochmal einen Twitter-Space gehostet mit Fidgetal Fashion and Sustainability. Also ich denke mal, das ist hier eine neue Wortschöpfung aus Physical und Digital, könnte ich mir vorstellen, auf dem XRP Ledger. Ist natürlich eine coole Connection und hier haben wir den ganzen Account, auch einmal noch Mint NFT. Schon 5000 Follower, gar nicht so schlecht. Hier immer so ein bisschen Promotion, zack, zack. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Dann haben wir Südkorea, die jetzt starten mit einem Real-World-Test von CBDCs mit 10 Commercial Banks. Wir hoffen ja alle mal, dass XRP da mit drin und dabei ist. Dann haben wir den XRP Bull 2017 und er beschreibt hier einmal, dass man auch mit Songbird gerade noch sehr gute Rewards machen kann. Für ihn sind das aktuell 500 Dollar pro Monat an Rewards in den Tokens. Das ist auf jeden Fall sehr stark. Also 500 Dollar Passive Income, das würden mit Sicherheit einige hier gerne haben. Würde ich auch gerne haben. Und ja, deswegen kann man da auf jeden Fall jede Woche seine Songbird delegieren. Natürlich compoundet sich das auch in gewisser Weise und auch bei den aktuellen Preisen hat er da noch einen großen Wert. 500 Dollar, nicht schlecht. Von daher, ich bin auch immer ein Fan davon, dass man solche Sachen auch immer ausreizt und ja, gar nicht so schlecht. Dann geht es weiter vom Bitcoin Echo. Da haben wir hier, die Krypto-CEOs von Cardano, Binance und Ripple geben in den Medien den Ton ihrer angeblichen Decentralized Blockchains an. Wie groß ist ihre Macht wirklich? Das ist natürlich eine gute Frage. Klar, da spricht man immer über Dezentralität und dann sagt man, okay, aber trotzdem haben wir hier CEOs, die quasi ja sinnbildlich für diese Chains eigentlich stehen. Also CZ oder sowas ist natürlich einfach das Symbolbild von Binance, genauso wie als ein Brett Garlinghaus für Ripple und Charles Hoskinson für Cardano ist. Ganz, ganz klar. Natürlich werden diese Leute auch sehr viel Geld in den Coins haben und auch sehr viel Einfluss. Gerade bei zum Beispiel Cardano oder Ripple ist es ja auch einfach so. Aber man sollte eben auch bedenken, dass genauso jeder das einfach jetzt sich auch erarbeiten kann quasi, indem er einfach viel von diesem Netzwerk kauft und dann einfach eine große Macht da drin hat. Also ist ja ganz einfach so, wenn ich jetzt eine Firma bin, die bei Tron zum Beispiel eine Milliarde investiert, dann habe ich eben auch einen sehr großen Voting-Einfluss zum Beispiel in den ganzen, ich weiß nicht, in dem ganzen Voting und so. Also von daher, da hätte ich dann ja auch eine Entscheidungsgewalt. Dann nochmal ganz spannend von Alex Krüger haben wir hier die Bitcoin-Miner, die gerade so ein bisschen Panic-Sellen oder Panic-Sellen-Bitcoins, die verkauft werden, haben hier auf jeden Fall einen sehr hohen Anteil. Vorher war es echt immer ein bisschen lower und jetzt werden gefühlt alles verkauft hier. Von daher, ja, das ist gerade echt so ein bisschen, wie er je beschreibt, wie die Kapitulation quasi, also Panic-Sells. Dann haben wir XRP-Air-Jobs. Da geht es auf jeden Fall um weitere Projekte, wo man noch ein bisschen Cash machen kann. Da muss ich aber wirklich ganz klar sagen, absolut mit Vorsicht genießen. Ich habe mich mit diesen ganzen Coins hier überhaupt nicht befasst und ich finde das immer sehr, sehr sus, was da so abgeht, auf dem ganzen Ledger. Also hier ist wirklich, glaube ich, nichts irgendwie, was ich jetzt sehe, wo ich sage, okay, da kann man irgendwie bedenkenlos sich mal das Ganze anschauen. Natürlich, mit Sicherheit machen da Leute gute Gewinne, aber man muss eben gucken, dass sowas auch wie zum Beispiel 70% APR oder sowas ist einfach nicht sustainable. Also ganz ehrlich, das kann einfach nicht lange gut gehen. Da kann man ein bisschen mit spielen, wenn man weiß, was man tut, kann man damit auch sicherlich gute Profite machen, aber da muss man eben aufpassen, dass man nicht zu lange drin bleibt. Und ja, deswegen solche ganzen Coins oder irgendwelche Opportunities hier immer nur sehr, sehr mit Vorsicht genießen. Gerade wenn es irgendwelche NFT- oder Staking-Projekte sind, wo es nur um das Staking geht. Dann haben wir noch Fojack und Mr. Pool, so quasi zwei Shake Hands. Und am Ende natürlich jemand Fun-Feed, der Typ hat nicht meinen Namen, und er schreibt hier, dieses Kabel hat mehr Funktionalität als 99% aller NFT-Projekte. So true. Auch wenn ich sagen muss, ich habe selbst kein Apple-Gerät, ich bin da ehrlich gesagt kein Fan von. Und ja, ich habe lieber mein normales Android mit einem AUX-Stecker noch mit dran, dass ich das nicht irgendwie brauche, um dann diesen Stecker auf AUX zu machen. Aber ja, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr true, muss man einfach zugeben. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Deslike, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.